if definition ungleich null nur dann machen wir das erzeugen wir einen neuen Slot der Slot bekommt die definition definition und der Slot bekommt die amount amount sieht für mich richtig aus schauen wir mal ob das alles passt ich sehe gerade die Leute rejoinen wieder weil irgendwas mit dem Stream nicht in Ordnung ist ah der Stream hat reconnected das freut mich ganz besonders für meine Aufnahme auch das ganze kompiliert leider gerade nicht die Serialize weil wir definition manager instance noch nicht reingegeben haben das haben wir an der zweiten Stelle auch nämlich dort wo wir einen Serialize machen so play okay die vorhandene File funktioniert natürlich nicht die lösche ich jetzt mal wieder kurz raus dass wir nichts im Inventar haben wir starten wir spielen wir landen hier irgendwo können uns wieder an die Stelle teleportieren wo wir vorhin Mist gemacht haben das war nämlich bei 333 333 und teleport und hier müsste das Loch sein das wir gebuddelt haben yep hier ist das Loch und jetzt holen wir uns einfach ein paar Items rein ins Inventar und gucken was passiert das Inventar verfügt jetzt über ein paar Items Ground Snow Stone wir gehen aus dem Spiel raus und Restart Play Inventory Inventory leer das ist eigentlich ein bisschen traurig hätte ich anders erwartet hätte ich anders erwartet ich halte das mal kurz an damit die Pfeil nicht überschrieben wird und wir machen kurz einen Breakpoint hier rein und gucken was da eigentlich passiert warum das nicht funktioniert Deserialize halten wir mal hier rein gucken ob die Daten nicht richtig serialisiert wurden so wir lesen das aus 3 3 ist richtig Definition Name Octo Awesome Basics Ground Block Definition that's right der Amount ist auch richtig so und bei den Item Definitions kommt jetzt die Ground Definition ist doch alles gut Ah wir müssen den Slot noch einfügen dann wäre alles prima jetzt können wir nämlich Inventory Add Slot machen und alles ist gut ist die Liste denn initialisiert? Ja ist sie wir können also an der Stelle ganz lässig und bequem zurücklehnen und jetzt nochmal reingucken Inventory wir haben unser Inventar serialisiert Wuhu Slot Adden Slot Adden Rafe hat es mir gerade im Chat geschrieben Slot Adden wäre eine gute Sache gewesen ja habe ich getan jetzt Freunde wir haben unser Inventar serialisiert jetzt fehlt eigentlich nur noch die Tools unten zu serialisieren weil das funktioniert nämlich noch nicht na so so die Tools kann ich unten einwählen aber wenn ich rausgehe und wieder rein dann sind die Tools wieder leer Inventar funktioniert jetzt easy aber leider noch nicht noch nicht die Tools aber das ist nicht schlimm weil ich habe schon eine super Idee wie wir das machen im Grunde müssen wir hier bei den Tools ja auch nur eine fortlaufende Liste also ich würde hier ganz ganz konkret will ich das ganz konkret können wir machen Delay Check machen sie mal einen Delay Check lieber Rafe also ich hatte gerade einen Stream Abbruch weiß nicht warum Dropped Frames wieder irrsinnig an der Decke mein Internet und so gerade bricht wieder alles zusammen ich fürchte der Stream wird jetzt eh nicht mehr lange stabil bleiben ich würde jetzt gerne die Tools noch serialisieren und dann ja dann haben wir es ich denke das passt ja auch so die Idee ist jetzt hier folgendes wir iterieren über die alle Tools das ist in dem Fall einfach Player.toolcount beziehungsweise eigentlich können wir das sogar so machen dann sind wir auf der sicheren Seite dann brauchen wir nicht ständig auf die auf die auf die Konstante zurückzugreifen und ich würde einfach jetzt ganz naiv wohl vielleicht sollten wir für den Fall dass sich die Menge an Tools aus irgendeinem Grund wieder ändert noch die Menge an Tools reinschreiben das würde ich fast noch machen ja das schreibe ich lieber nochmal mit rein und da speichern wir jetzt einfach den Index auf das Inventory das bedeutet if Tools i und gleich oder machen wir es mal einfacher ist null dann machen wir einen writer.write minus 1 und in einem anderen Fall suchen wir uns den Index des Tools raus aus dem Inventory das heißt inventory.index auf tools i und das speichern wir weg ja writer.write index auf und das muss ja da drin sein weil wir die Tools hier synchronisieren und damit kann jetzt eigentlich nicht mehr schief laufen warfare break schlägt gerade vor dass wenn man ein neues Item kriegt das automatisch in den Slot unten eingefügt wird wenn es neu ist können wir gleich noch machen gute Idee neue Items sofort als Tool sofern noch ein Slot frei ist das können wir gerne machen das ist eine gute Sache ich weiß jetzt auch schon sehr genau wo man das macht und das wird alles gut so na ich sehe hier gerade ein kleines Problem was ich hier gerade machen möchte ist ähm scheiße das ist natürlich sau dumm ähm der Plan war das ist doof der Plan war dass ich den Index das Slots im Inventar mit speichere das macht absolut Sinn sofern das hier identisch oder aufgebaut wird aber jetzt haben wir ja gesagt wenn es diese Definition nicht mehr gibt äh verschiebt sich ja das komplette Inventar eins nach vorne das ist blöd weshalb ich folgendes vorschlagen würde dass wir das doch nicht so machen dass wir nicht äh jeden Slot einzeln machen sondern dass wir die Tools durchgehen das kann wieder weg äh das kann doch nicht wieder weg das brauchen wir doch nochmal dass wir die Tools durchgehen und ähm Index und dann wieder den Full Name schicken und dann können wir es richtig auflösen das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen ja das machen wir so deshalb will ich ein Tool Count und das ist Tools Count T T Ungleich Null so erstmal die Anzahl Tools die überhaupt da sind das machen wir dann wieder in den Writer Write Tool Count das könnte theoretisch auch ein Byte sein weil viel mehr ist es ja nicht es könnte nicht mehr als 10 sein ähm dennoch ich lass mal alles auf und hier drinnen speichern machen wir das nicht für jedes Tool sondern wir schreiben if Tools i ungleich null oder weil wir vorhin mit den Breaks gearbeitet haben ähm die Diskussion um die machen wir das so writer.write erst mal den Index und auch das kann ein Byte sein und anschließend writer.write tools i definition .get type full name so das braucht ein bisschen mehr Platz aber ist weniger anfällig für die äh für die Tatsache dass vielleicht Mods verschwinden also dass einzelne Slots weg sind father.meet.heo hat mich abonniert das finde ich großartig vielen Dank ähm und dann können wir das besser auflösen dann können wir nämlich hier unten sagen erstmal ein Count toolcount is äh reader.read.byte for na komm ach leck mich doch toolcount das hier ist natürlich auch wieder ein Byte obwohl das jetzt keine Rolle spielt ähm Byte Index das ist der erste reader.read.byte dann noch ein String Type ähm definition type reader.readString so und danach können wir es wieder auflösen so wie wir das oben beim Inventory Slot auch gemacht haben ups obwohl wir das jetzt vielleicht nicht aus der Definition rausnehmen sollten sondern jetzt brauchen wir den Inventory Slot dazu Inventory Slot Slot Inventory First Default Where Inventories nee Slot Definition Get Type Full Name equals Definition Type hab ich Definition Type genannt Definition Name Type Name Definition Name ist ja wurscht so und sollten wir einen Slot gefunden haben if Slot und gleich null können wir den entsprechend einsortieren nämlich in Tools Index gleich Slot das könnte funktionieren schauen wir mal ich lösche wieder Player und starte den ganzen Schlamassel hier jetzt sind wir natürlich wieder an der falschen Stelle wir machen wieder ein Teleport an die gute alte Butler Stelle da ist unser Loch das wir gebuddelt haben großartig und ich hole mir wieder von allem Zeug ins Inventar Inventory okay das funktioniert und jetzt setzen wir die Sachen mal in die verschiedenen Slots ups in die verschiedenen Slots ich mache die extra an unterschiedliche Stellen damit wir sehen ob das wirklich funktioniert ja Julian ist völlig begeistert ach Lassi war das Lassi ist völlig begeistert dass es hier ratzi fatzi vorangeht wir gehen aus dem Spiel raus Datei wurde geschrieben wir starten das Ganze wieder und Freunde 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 wir sind hier völlig geil am Start wir haben Inventar wir haben die Slots unten läuft es läuft das einzige was nicht läuft ist welches Tool selektiert ist standardmäßig da würde ich fast noch mal nach dem entsprechenden Code gucken weil ich habe in Erinnerung dass das ein ganz komischer Hack war damals erstes Tool selektieren sehr gut dann haben wir jetzt hier Inventar persistiert das funktioniert Tool Arrangement ist auch persistiert so und jetzt können wir eine Kleinigkeit noch angehen und dann ist ja eh schon ist ja eh schon spät und wenn ich mir hier meine Drop Frames anschaue kann das eigentlich kein Spaß sein für euch dazu zu schauen weil da ja hier irgendwie gar nichts mehr funktioniert gar nichts mehr gut also da gehen wir raus so viel Zeit muss sein das müssen wir jetzt hier ganz kurz wieder committen persistierung von Inventar und Tool Arrangement tolles Wort sehr gut ich synke das mal übrigens auch weil ne synk tut gut so dann können wir uns um die Kleinigkeit noch kümmern Inventory Limit haben wir jetzt noch nicht noch nicht noch nicht persistiert so was wollen wir machen zum einen grafische Aufarbeitung des Inventars das können wir glaube ich jetzt erstmal neue Tools sofort als Tool in den das passt okay keine Ruckler das ist gut neue Tools sofort als Tool ins Inventar ist easy das passiert nämlich an der Stelle hier wenn wir nämlich versuchen den Slot zu finden der die richtige Definition hat und feststellen dass wir da noch nichts haben dann erzeugen wir einen neuen Inventory Slot und an der Stelle können wir im Prinzip auch gleich gucken ob noch ein Tool frei ist wenn da noch ein Tool frei ist dann können wir das nutzen player.tools .length if player.tools i gleich null dann ist das unser Checkpot nehmen wir gleich mal Break ich mag Breaks übrigens das ist ein tolles Stilmittel und packen da einfach den neuen Slot rein i gleich Slot so das würde bedeuten wenn wir hier reingehen jetzt haben wir schwer was zu finden warte mal ähm keine Ahnung irgendwo wo es grün ist da ist es nicht grün ja wir haben vorhin so eine schöne Stelle gefunden was grün ist auch nicht grün auch nicht grün ach Julian unsere unsere Planetengeneratoren sind echt ähm ganz schön schwierig wieder nicht grün wenigstens Wasser irgendwas also ich mache das Inventar leer so Inventar ist leer wenn ich was neues aufnehme wird der erste Slot gleich belegt super cool also auch das geht jetzt schon neue Items führen sofort zu neuen Slots auch das läuft ein und frei jetzt Schlag auf Schlag ich musste jetzt auch gerade feststellen cool neue Items im Inventar belegen direkt neuen nee direkt Tool Slot falls noch einer frei ist so was außerdem noch nicht funktioniert geht das All Items Dingens noch das ist auch eine sehr gute Frage ähm Ray fragt gerade ob es die die Tastenkombination noch gibt für alle Items ja allerdings werden jetzt die Slots nicht mehr belegt das ähm ist natürlich jetzt ein bisschen yay was ist 2000 das Limit ah ne nur gerade unglücklich aber cool jetzt können wir die da unten ach ist das schön ist das cool so kleiner Test nochmal Palem Palem Gritzkrieg ist am Start schönen guten Abend so Inventar alles Astrein genauso wie wir es uns vorgestellt haben ich glaube rockt die ganze Sache rockt dermaßen dass ich eigentlich nur vor Freude hüpfen könnte hurra fett so dann haben wir auch das hier mal ganz kurz noch schnell erledigt erstes Tool selektieren was habe ich damit gemeint was habe ich damit gemeint ähm ich glaube wenn nichts selektiert war ich habe hier mal ganz kurz das Bedürfnis diese Kamera äh nicht mehr ganz so krass überbelichten zu lassen viel besser vor allem mit dem Grün hinten dran uh gefällt mir so Aurelio Kessler yes ähm also jetzt gerade kurz übersetzt wenn wir ein neues Item einsammeln dass das sofort selektiert ist aber dem ist doch so jetzt habe ich den ganzen Scheiß im Inventar ich muss das mal ganz kurz löschen ich habe mal kurz den das Inventar den Player gelöscht so das ist doch der Fall oder wenn ich eins mitnehme ist das Instant selektiert das funktioniert schon und wenn ich ähm einen Slot weg habe also wenn ich hier das Zeug platziere dann wird der andere automatisch das funktioniert schon alles ich sehe alles in bester Ordnung gut dann haben wir das ja eigentlich schon dann funktioniert das ja schon wahrscheinlich haben wir das vorhin automatisch schon gefixt bei diesen ganzen Selektionsführelefants so was übrig bleibt ist die grafische Aufarbeitung des Inventars das mache ich jetzt nicht mehr das ist mir jetzt ein bisschen zu viel würde ich sagen und es ist ja im Prinzip auch schon Zeit um ein bisschen Feierabend zu machen ich lebe